Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Zylinder 5 Einspritzventil Offset Lernen bei Mindestgrenze Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Fehlercode für die Diagnose des Antriebsstrangs DTC und gilt normalerweise für alle Benzin-OBDI-Fahrzeuge Dies kann Fahrzeuge von Ford, Mazda, GMC, Chevrolet, BMW und so weiter umfassen Ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl genau, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren Wann immer Sie in einer Code-Beschreibung wie dieser lernen, bezieht sich dies auf den Prozess des Lernens und oder der Anpassung eines Systems an ständig wechselnde Faktoren durch das ECM-Engine-Control-Module Um zu erzählen, lernt der menschliche Körper, nach einer Fußverletzung zu hinken, um sich an die aktuelle Situation anzupassen Dies ist dem Lernprozess sehr ähnlich, wenn es um das ECM-Motorsteuergerät und den Motor geht Im Fall dieses Codes bezieht er sich jedoch auf die Lernparameter für den Offset des Kraftstoffinjektors des Zylinders Nummer 5 Wenn sich Motorteile abnutzen, sich das Wetter ändert, sich die Bedürfnisse des Fahrers ändern, muss sich neben unzähligen anderen Variablen die Leistung der Einspritzdüsen an diese anpassen Es hat einen bestimmten Bereich, in dem es arbeiten kann, um sich an Ihre und die Anforderungen Ihres Fahrzeugs anzupassen Wenn jedoch die Anforderungen Ihres Motors die Lernfähigkeit der Einspritzdüsen überschreiten, aktiviert das ECM-Engine-Control-Module diesen Code, um Sie darüber zu informieren, dass dies nicht möglich ist länger an die aktuelle Situation anpassen Wenn das ECM überwacht, dass die Lernwerte der Einspritzdüsen über den normalen Betriebsparametern liegen, wird P02-D4 aktiviert In den meisten Fällen wird dieser Code festgelegt, weil der Injektor aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit erschöpft sein muss Dies bedeutet normalerweise, dass dies durch einen anderen Faktor verursacht wird Aus dem einen oder anderen Grund versucht das ECM, das Kraftstoffgemisch an die Bedürfnisse des Fahrers anzupassen Aber etwas bewirkt, dass es sich an seine Mindestgrenze anpasst Der Code für das Versetzen des Kraftstoffeinspritzventils P02-D4 für Zylinder 5 bei minimalem Grenzwert wird festgelegt Wenn das ECM überwacht, wie sich der Kraftstoffinjektor für Zylinder Nummer 5 an seinen Mindestgrenzwert anpasst Ein Querschnitt eines typischen Einspritzventils für Benzinmotoren Was ist der Schweregrad dieses DTC? Alles, was dazu führt, dass sich ein Injektor über seine Betriebsgrenzen hinaus anpasst, gibt definitiv Anlass zur Sorge Der Schweregrad ist auf mittelhoch eingestellt Denken Sie daran, dass sich Kraftstoffgemische an viele Variablen anpassen Aber eines davon sind abgenutzte interne Motorteile, sodass die Diagnose für diesen Fehler von einem Fachmann durchgeführt werden sollte Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P02-D4-Fehlercodes können gehören Reduzierter Kraftstoffverbrauch Fehlzündung des Motors Verschlechterung der gesamten Motorleistung Kraftstoffgeruch CEL Check Engine Light Leuchtet Motor Funktioniert nicht normal Übermäßiger Abgasrauch Unterlast Reduzierte Gasannahme Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Zu den Ursachen für diesen Diagnose-Code für die Kraftstoffeinspritzung P02-D4 können gehören Vakuum-Leck Luftfilter verstopft Rissiges Ansaugrohr Kopfdichtung Defekt ECM-Problem Einspritzventil Zylinder 5 Defekt abgenutzte gerissene Kolbenringe Ansaugkrümmer Gerissen Undichter Einlass PCV AGR-Dichtungen Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P02-D4? Der erste Schritt bei der Fehlerbehebung bei Fehlfunktionen besteht darin, die Bildhengst des technischen Dienstes auf bekannte Probleme mit dem jeweiligen Fahrzeug zu untersuchen. Fortgeschrittene Diagnose-Schritte werden sehr fahrzeugspezifisch und erfordern möglicherweise die entsprechende fortgeschrittene Ausrüstung und das entsprechende Wissen, um genau zu arbeiten. Nachfolgend finden Sie grundlegende Schritte, weitere Informationen zu bestimmten Schritten für Ihr Fahrzeug finden Sie in einer spezifischen Reparaturanleitung für Fahrzeug-Ja-Marke-Modell-Antriebsstrang. Grundlegender Schritt 1 Bei laufendem Motor würde ich auf offensichtliche Anzeichen eines Vakuum-Lags achten. Manchmal kann dies zu einem Pfeifgeräusch der Last führen, was wiederum das Auffinden erleichtert. Es kann sich lohnen, das Ansaugvakuum mit einem geeigneten Messgerät zu überprüfen. Notieren Sie alle Messwerte und vergleichen Sie sie mit den gewünschten Werten in Ihrem Servicehandbuch. Es ist auch eine gute Idee, Ihren Luftfilter zu überprüfen, bevor Sie mit einem anderen Schritt fortfahren. Ein verstopfter Filter kann dazu führen, dass der Einlassvakuumwert in die Höhe schnellen kann. Ersetzen Sie ihn daher bei Bedarf. Ein verstopfter Luftfilter sieht normalerweise in sich selbst versunken aus. Hinweis, ein Vakuum-Lag führt dazu, dass nicht gemessene Luft in den Einlass gelangt und unregelmäßige Kraftstoff-Luftgemische entstehen. Dies kann wiederum dazu führen, dass sich die Injektoren an ihre Grenzen anpassen. Grundlegender Schritt 2 Durch die Position der Einspritzdüsen sind Ihre Kabelbäume und Steckverbinder anfällig für Korrosion und Eindringen von Wasser. Sie werden an einem Ort montiert, an dem sich Wasserschmutz-Schmutz ansammelt. Überprüfen Sie dies visuell, wenn es sich um ein Durcheinander handelt. Entfernen Sie alle Rückstände mit einer luftbetriebenen Blaspistole oder einem Vakuum, um den Bereich ordnungsgemäß auf offensichtliche Anzeichen von Schäden zu untersuchen. Grundlegender Schritt 3 Abhängig von den Leistungsbeschränkungen Ihres Diagnosetesters können Sie den Kraftstoffinjektor bei laufendem Motor überwachen, um unregelmäßiges oder abnormales Verhalten zu überwachen. Wenn Sie je nach den Kosten eines Injektors Bedenken haben, können Sie versuchen, ihn auszutauschen, um dies zu sehen, aber ich empfehle dies nicht. Grundlegender Schritt 4 Das ECM Motorsteuergerät überwacht die Lernparameter für den Offset des Kraftstoffinjektors des Zylinders 5. Daher ist es äußerst wichtig, dass er betriebsbereit ist. Darüber hinaus sollten Sie aufgrund der elektrischen Flüchtigkeit sicherstellen, dass das Gerät frei von Feuchtigkeit und oder Schmutz ist. Manchmal wird das ECM in einem dunklen Bereich montiert, in dem sich Wasser ansammelt oder der sich in der Nähe Ihres verschütteten Morgencafés befindet. Stellen Sie daher sicher, dass keine Anzeichen von Eindringen von Feuchtigkeit vorliegen. Jedes Anzeichen dafür muss von einem Fachmann behoben werden. Da ECMs im Allgemeinen vom Händler programmiert werden müssen, ganz zu schweigen davon, dass das Diagnoseverfahren für ein ECM langwierig und langwierig ist, überlassen Sie dieses Verfahren Ihnen.